Wie kannst du nur sowas Rassistisches sagen? Was meinst du? Pierce Topter sicher in einer Minute. Tchiii! Hey, Troy niest wie ein Girlie. Wie wär's, wenn ich dich umlege wie ein Kerl? Sorry, Kampfer drüber. Lass ihn doch einfach in Ruhe mit seinem süßen Baby niesen. Du bist nicht meine Mutter. Ist sie nicht? 29 Sekunden. Wir schließen Bildungslücken. Community. Ab 25. März, immer Montag bis Donnerstag auf Comedy Central.